Der Bermuda-Dreieck Die Frage ist nur, warum? Ich bin auf der Suche nach einem Auto. Es ist ein Missail! Wenn eine Mission so gefährlich ist... Da ist er! ...vertrauen die weltbesten Spione... Puh, das war echt knapp. ...einem absoluten Gewinnerteam. Mensch mir Glück! Mach sie fertig, Kumpel! Lightning McQueen, willkommen zum Welt Grand Prix! Ich hab mich noch gar nicht richtig vorgestellt. McMissar, Finn McMissar, britischer Geheimdienst. Ich bin Hook, Abschleppdienst. In diesem Sommer... Du musst helfen. Was? ...führt sie ein Rennen um die ganze Welt. No more, Arigato! Oh la la! Willkommen im internationalen Terminal. Nicht schon wieder. Es wird noch spannender. Hör mal, das hier ist nicht Radiator Springs. Äh, ich verliere... Ich muss mal. Entschuldigung, Ladies! Noch gefährlicher. Da ist er! Oh, ich lebe, ich lebe! Und noch abenteuerlicher als je zuvor. McQueen! Hook, ich halt genauso zu dir, wie du immer zu mir hältst! Angreifer nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Oh oh. Das ist echt lustig. Chaos 2. Oh, ein bisschen Karate kann ich auch. Hatscha! Das meint ihr nicht ernst, oder? Oh? ARD Text im Auftrag von Funk